Also, wie ihr sehen könnt, habe ich hier Farm Yazzi noch frisch verpackt. Jo, geht ein bisschen anders als normales Kniffel, aber ähnlich. Was gibt es noch mal nicht? Die Chance. Und ja, das heißt, ihr müsst immer aufschreiben können. Und ich glaube der Bonus ist bei 10 Punkten. Und man kann oben gerade, 18 muss man erreichen, oder? Also, jetzt packe ich das Ganze mal auf. Wenn es klappt, jupp. Das ist ein bisschen blöd bei neuen Spielen. Oder gerade bei sowas. Aber ja, okay. Und was halt auch blöd ist, wenn ihr es auspacken müsst, ich glaube, dann habt ihr keine Anleitung mehr. Oder ich sonst noch irgendwo was, wo man es entnehmen kann. Aber okay, im Prinzip geht es ja eh nicht wie normales Kniffel. Außer, dass es mit eben so tollen Viersymbolen ist. Und es ist halt kein Becher dabei gewesen. Daher kommt unser alter Lederbecher ins Spiel, den ihr auch schon kennt aus einem anderen Kniffel Video. Und, aber ich weiß noch, hoffentlich passt alles rein. Ja, aber der Becher ist ziemlich voll, weil die Würfel sind größer als normal. Und, gucken wir mal. Ich mach jetzt mal Testwürfel. Das geht gar nicht, weil sie übereinander liegen. Also nochmal Testwürfel. Jo, was wäre jetzt das hier? Das wäre, glaube ich, eine kleine Straße, oder? Vier verschiedene. Oder wie heißt es bei dem jetzt? Ja. 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 Das wäre die kleine Straße, ne? Mhm. Also wären in dem Fall vier Punkte, die Große wären fünf. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt noch zum Beispiel das hätte, wäre es eine große mit fünf. Oder halt irgendwas anderes, was nicht drin vorkommt, zum Beispiel hier. Das Schwein wäre auch eine große. Also im Prinzip ist alles ähnlich. Nur die Punkteverteilung ist etwas anders da. Und ich würde sagen, eigentlich haben wir alles erklärt. Also ich halte mit Tier-Symbolen anstatt mit Zahlen. Und was kann man da holen? Also jedes Tier, also von dem, es zählt dann immer eins, ne? Ja. Und wie ihr seht, ihr könnt auch keinen zweiten Kniffel machen. Das heißt, in dem Fall, wenn ihr halt ein zweites mal fünf gleichlich habt, dann tut ihr die fünf. Weil 18 Punkte, ne, oder wie ist das? 18 Punkte braucht man mit, oder? Oder 30 ist maximal. 30 ist maximal möglich. Und 18 ist der Bonus. Ab 18 gibt es einen Bonus. Ab 18 gibt es einen Bonus. Also 18 braucht man ein Minimum. Okay. Also ich glaube, dann haben wir das soweit mal erklärt. Ich mache jetzt die Würfel rein. Und ich würde sagen, wir beide spielen jetzt das Farm Yazzi. Und wenn ihr wollt, also ich hab's aus dem Müller. 9,99 Euro kostet der ganze Spaß. Also damit einen wunderschönen Tag oder guten Abend. Ciao, ciao, euer Thomas.